Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, Tammy, wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung. Hübsche Aufträge Woche 9. Und zwar, aktiviere einen Riss, indem du ihn bei einem Charakter kaufst. Hier, kaufst. Äh, ja. Ich zeig euch mal die Orte. Einmal hier. Einmal bei Lazy Lake. Einmal hier. Also, ich zeig das mal ganz kurz. Einmal hier. Einmal bei Lazy Lake. Und einmal, äh, hier oben. Ich guck mal, ob das genau so stimmt. Ja, einmal hier, hier oder hier. Ihr könnt dort alle Orte hier, dahin gehen, wo ich markiert hab. Aber Leute, wir müssen ja nur eine machen. Und zwar, ich geh einfach mal bei Rupert Ravens Haus. Und zwar hier. Über, äh, oben links bei Sweaty Sands. Ganz genau hier. Also hier Sweaty Sands, dann oben links. Ja, äh, ihr könnt auch ein Like belassen, meinen Kanal abonnieren und abonnieren. Und abonnieren und abonnieren. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. Leute, ich geh doch mal hier hin. Denn Rupert Ravens Haus ist einfach zu weit. Ja, Rupert Raven, also ich bin neben hier. Ich kann direkt abschneiden. Aber Rupert Raven braucht 2000 Meter, bis ich da halt ankomme. Aber ich geh einfach mal hier hin. Wie gesagt, ich hab euch schon die Orte gezeigt. Tja, ich geh jetzt einfach mal dorthin. Let's go. Da muss eine Sprechblase sein. Ja, da. Wie heißt der Kollege hier? Achso, John ist sie. Also, also. Ihr geht einfach zu einer von den drei Personen. Ihr geht hier. Ihr drückt einmal reden. Ich glaube, es ist Viereck bei euch. Ich hab jetzt auf C gemacht. Aber ansonsten das bei E. Äh, einmal mal anquatschen. Hier seht ihr paar Missionen, wo ihr Gold kriegen könnt. Aber hier seht ihr ein Riss. Da steht Riss aktivieren auf. Aber Leute, wir haben 5000 Bahnen. Ihr müsst auf jeden Fall 245 Bahnen haben, dass ihr die Haus noch abschließen könnt. 3, 2, 1. Zack. Wir haben es abgeschlossen, Leute. Ich hoffe, dass ihr Video euch geöffnet habt. Gefallen, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst Glocke, klickt, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde einfach sagen, das war schon ein Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.